Na, da freuen wir uns. Das war sozusagen die Stimme der neuen Mehrheit im Agrarministerrat. Wen haben wir denn hier? Guten Morgen! Wollen Sie nicht auch zu uns sprechen? Nein? Der Herr mit dem Schauspart, ich kenne ihn leider nicht, aber ich nehme an, er geht zu der gleichen Veranstaltung und will nicht mit uns sprechen. Zu schade, denn Mut zu Agrarreformen! Mut zu Agrarreformen! Mut zu Agrarreformen!